Wenn Wenn nutzt man, um von einer Bedingung zu sprechen. Mit wenn wird dazu der Nebensatz gebildet. Ich gehe nach Hause, wenn es nichts mehr zu tun gibt. Wenn es nichts mehr zu tun gibt, dann gehe ich nach Hause. Das Konjunktionaladverb dann kann auch weggelassen werden. Wenn es nichts mehr zu tun gibt, gehe ich nach Hause. Ich gehe zur Party, wenn du gehst. Du bist immer da, wenn ich dich brauche. Wenn keine Äpfel mehr übrig sind, dann kaufe bitte neue. Wenn du keine Zeit hast, dann können wir es auch verschieben. Wenn du Deutsch lernen willst, solltest du das besser in Deutschland tun. Ich gehe bei uns nonsen und einfach mal. Ich gehe bei uns zack. Ich gebe bei uns zack. Bill. 在 Klais verlierst du deinem Selbst werde. Ich beige bin fais. Ich sage dir worst. Du hast veroten smashingью obgeredTION. Ich gehe bei uns. Du bist Palm mit sitt